Ey Bugatti hat natürlich Unterstützung beim Bremsen durch den Spoiler, ach das ist doch so schlecht von mir. Ohne Witz, ich fahr aber auch so schlecht mit diesem Auto. Ja jetzt bin ich erst eingefahren richtig. Ja, schwach 11. Platz, Alter. Oh, shit, ey, und fast noch am 12., Alter. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play for the Risen 3, Folge 59. Wenn wir das noch stehen bleiben, geht's doch direkt weiter. Ich will noch drei Rennfreunde, drei, 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 die wir noch finden müssen natürlich. Kann auch mal interessant werden, die zu finden. Ganz oben am Arsch der Welt, ne, da haben wir alles schon abgeschlossen. Ah, wir müssen mal in den Kreis gehen. Ah, haben wir schon, haben wir schon. So, so nah. Ah, hier ist noch mal eins. Was? Das ist die Golia-Drunnenstrecke. Uh, ja. Okay, aber hier ist noch eins. Wunderbar. Auf geht's! In dieser Folge wollen wir die natürlich beenden. Ne? Ja. Ja, das ist ein Sprint, Alter. Ja. Ja. Ja, ja. 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 So ganz nice schon. Boah, jetzt haben wir natürlich. Uh, okay, alles klar. Okay, Freunde, wir nehmen den... Der ist natürlich auch heftig, ne? Wir nehmen den Hennessy. Da bin ich auch länger nicht mehr gefahren. Ich habe Angst, dass ich den nicht mehr beherrsche, wie die meisten anderen Autos in diesem Game. Oh, wir haben schon mal fortgete, lol. Halo, dieses komische Schrott-Zukunftskarre. Wie soll die denn mit dem Hennessy mithalten? Haha. Naja, gut, die sind angepasst, ne? Als ob man den so aufbauen kann. Okay. Ja, es regnet natürlich, ne? So. Hoppla. Nur der Ford-Fokus. Okay. Fahren wir. Auf geht's. Los, 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 los. Wenn du ihn mir jetzt nicht... Ist klar. Die anderen kriegen die natürlich alle. Jo, als ob die... Ja, Ford GT dring mich halt noch weiter raus. So, komm. Jetzt müssen wir langsam mal zeigen, dass wir hier der Hyper-Sportwagen sind. Und nicht so ein komischer... So eine komische Limousine da. Oh, nee, geht auch nicht raus, bitte. Man, dieses dämliche Kabel für den Kopfhörern, Alter. Ohne Witz. Hier geht auch ein bisschen raus, tatsächlich. Hilft da haben wir erst. So, da sind wir weg. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Ah, selbst das hat nicht gereicht. Zieh! Oh, der Ford GT. Und Infinity wieder. Warum sind die Infinity so geil? Ey, Ford GT, das war jetzt die Kinder-Aufforderung, an dich abzuhauen, ne? Noll. Er macht's echt und fährt einfach weg. Pass. Okay, zweiter. Na gut. Immerhin die Hyper-Chaos gewinnen. Schön. Ja, die Warthawks sind also die Letzter geworden am Ende. Haha. Ein Traum. So, Freunde. Zwei Rennen. Die finden wir bestimmt jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir die ganze Folge mit dem Suchen beschäftigt. Aber das ist okay. Hauptsache am Ende der Folge sind wir damit durch. Geh nochmal kurz in die Statistik, um mich zu vergewissern, dass ich nur noch zwei sind. Jo. 162,360. Das ist ja wunderbar. Müssen wir es mal finden. Ja, das ist das Ding. Ah, da. Schön. Das ist eins von zwei Rennen. Das geht dann noch mal relativ schnell. Wir brauchen irgendwas mit guter Kurvenlage. Können wir eigentlich spontan nur der hier einfallen. Ah, weil die Lambos haben es nicht so. Wir können natürlich noch... Ah, der ist halt auf 999 aufgebaut. Wir nehmen den Hua Hura BC. Ich weiß immer noch nicht, wie man den Wagen richtig ausspricht. Aber wir werden es dann ja sehen, wie der sich jetzt macht. Auf geht's. Los, 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 los. Boah, Alter, der kommt ja echt gut. Hier rum. Junge, äh, oder auch nicht. Super. Ah, toll. Bugatti kommt schneller rum als ich. Ah, hier geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu in diesem Spiel. Ja, Bugatti. Der Bugatti hat so eine Schisskurvenlage. Also, die KI wird hier definitiv angepasst. Und nicht an das Fahrverhalten der Fahrzeuge, sondern... Was? Ne, absolut unlogisch. Ah, jetzt warte mal. Junge, das ist so ein Piss. Dass er hier nicht rumkommt mit seinem Arsch. Nee, unglaublich. Ja, Bugatti, überholt aus. Jetzt werde ich komplett wahnsinnig. Nee, das ist ja... Nee, verpisst dich. Der Bugatti hat natürlich Unterstützung beim Bremsen durch den Spoiler. Ach, das ist doch so schlecht von mir. Ohne Witz. Ich fahre aber auch so schlecht mit diesem Auto. Ja, jetzt bin ich erst eingefahren, richtig. Schwach 11. Platz, Alter. Oh, shit, ey. Und fast noch um 12. Shit. Da waren aber auch alle X-909. Das muss man dazu sagen. Klar gibt es da bessere Autos auf X-909. Und unser Fehler, indem wir das falsche Auto uns gesucht haben. Schade, schade. So. Jetzt das letzte Rennen. Freunde, das letzte hier. Auf uns warten, eine Fanren. Wir müssen es nur noch finden. Das kann ja interessant werden. Weil hier überall neu steht. Ja, das ist ja wirklich das letzte, das da neu steht. Na, da versteckst du dich so, ne. Haben wir schon, haben wir schon. Okay, jetzt müssen wir die ganze Karte abarbeiten. Zack. Unentdeckte Strecke. Okay. Die letzte. Wunderbar. Mal kurz hier ein bisschen weiter zurück. So. Das ist immer was Geileres. Nehmen wir ein Schintenario. Auf den bin ich eingefahren, sagen wir mal. Den bin ich ja sehr ruhig gefahren. Ja. Bei der McLaren P1 war glaube ich auch gar nicht mal so scheiße in dem Game. Was soll's. Auf geht's. Wir starten. Wieder X-999. Ich glaube, diese Karte ist einfach nur zu krank. Das ist ja der P1, ne. Der hat halt so ne krasse Bremse. Wegen dem Spoiler auch. Ja. Ey, wir haben das Gefühl, wir haben alle so einen Lenkradus von 5 Grad. Vielleicht müssen wir mal ABS dann machen oder so. Wäre vielleicht geiler. Ich will immer zu schnell machen. Das ist mein, das ist mein Fehler. Ich bin nicht so schnell. 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 Nein. Zweiter, okay. Okay, so, das ist es dann, ne? So, watz. Gut. Und, hm, 63 von 63, Fanrennen abgeschlossen, Freunde, das ziehen wir noch gerne. Straßenrennen. Ja, aber, ach so, hä, Straßenrennen, heißt Straßenrennen jetzt einfach, dass ich hier so jemanden herausfordere, oder? Oder gibt's hier noch Straßenrennen, hä? Aber es gibt doch hier keine mehr. Hier gibt's nur diese scheiß Blaupause. Ja, nö. Das hier ist so ein Nachtduell. Sehe ich hier tatsächlich keine. Komisch. So, wir sind bei 14 Minuten. Wir wechseln noch die Location. Wir verlassen jetzt diesen Ort. Fürs Erste. Und reisen noch bis zum Mountain. Dann geht's da weiter. Ja, ich möchte die Erweiterung starten. Und das bitte ohne großartige Lecks oder sonst was. Das läuft dann bitte auch, ja. So. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Und wenn man, wenn wir die Winterreifen draufziehen. Ja. Junge. Winterreifen Da muss ich noch bezahlen? Okay, ein Rennen wollte ich hier noch machen sogar Soll ich eine Route dorthin festlegen? Okay, machen wir den Scheunenfund diesmal In 100 Metern rechts abbiegen So, der Sixer ist natürlich auch wieder da Drohnenmodus, Freunde Wir suchen Die Scheune so Wieso müssen die Bereiche immer so scheiß groß sein? Oh Junge, ne? So, einer, fuck Ich hasse diese Scheunenfunde Die sind wirklich, dass man die erstmal suchen muss, ne? Sag mir doch einfach Wenn du sagst, da steht eine Scheune Dann zeig mir die Scheune Ohne Witz Ja Jetzt hab ich hier komplett nicht fliegen kann Junge Und dass man nicht höher fliegen kann, ne? Ah Ah, schön Okay, wunderbar Und das mit Winterreifen, ne? Schön, oder? Oh, nee, 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 nee In 400 Metern links abbiegen Okay, Scheune nehmen wir mit Hier ist kein Weg, Navi So Ja Sie haben ihr Ziel erreicht Jep, ich hätte mir einen Pullover einpacken sollen Ich glaube, es ist ein Harvester-Scout Wie ist der hierher gekommen? Ich meine nicht einmal hier im Sinne von auf den Berg Sondern hier im Sinne von Australien Wie auch immer Bringen wir ihn lieber schnell ins Warnen Ja, eine Hammer gemacht Die Sequenz hängt Das ist ja wunderbar Da geht es nicht weiter Das ist ja Wahnsinn Okay Ich wollte eigentlich noch das Schild in dieser Folge einsammeln Aber wie es mir scheint Ist das Spiel wieder so So gütig Und lässt mich hier einfach stehen Junge Manchmal geht mir das Spiel schon auf den Sack Na gut Dann Warte ich halt Und für euch geht es in der nächsten Folge weiter Und dann fangen wir wieder an In den Blizzard-Morden Aufgaben zu erledigen In diesem Sinne, Freunde Vielen Dank fürs Zuschauen Und tschüss Bis zum nächsten Mal 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 I don't usually like